es ist zum haare raufen was wir hier schon hinter uns haben und wir müssen jetzt ins casino de monte carlo mit monaco in monaco mit fred vorlaut und knasti hallihallo ihr nasen du nase the big window of our suit at the hotel de paris wieso labert der typ so viel look out over the water designer story if you put a boat in the water and went straight you'd end up in algeria but there was a little window in the bathroom that peeked out over the side entrance to the casino the casino maybe it was the champagne but it sure seemed like everyone excused themselves to pee a lot that night no one was thinking about the promise of freedom that lay across the water and so wordlessly we filed into the elevator and walked across the street to pull our all our chips on blank the mother of all hastes is but a moment away enter the casino ready wieso können die können die nicht einfach mal freiheit und so müssen sie immer scheiße bauen das ist doch die bauen auch keine scheiße doch 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 was ist das hier blitz das ist ein emp damit kannst du halt kameras und so ausschalten ich erinnere mich die ist ja niemand hier oben rechts sitzt ja und nach der ist ja aber wo müssen wir hin weißt es schon ich habe noch nichts gesehen aber wir müssen wir müssen zwei trophäen nur suchen und finden gar kein problem man kann sich ja auch durch schleichen das stimmt da ist was aber da gibt es ja hier ist übrigens eine pflanze, falls du Probleme hast. Okay. Zack. Hier ist übrigens auch jemand auf Toilette. Das finde ich ganz gut. Hier geht es in den underground unten links. Ja. Second floor ist hier. Ich hing fest an der Absperrung. Was, sie kommt? Ja, ich komme. Ich glaube, unten bei dir war aber auch keine Trophäe, oder? Nee. Da ist ja perfekt. Erstmal pinkeln. Ja, wir müssen auf jeden Fall in den... Der Mohl ist der Beste. Ich komme leider anders, wäre ich da, ne? Sonst wäre ich wieder erschossen worden. Das wollen wir nicht. Die einzig mögliche Todesursache ist auch irgendwie, dass ein Stein auf deinen Kopf fällt. Oder ein Dach. Weil ich alle Wände weggebaut habe. Oh, hier kann ich wieder nur pinkeln. Ah, das funktioniert hier leider nur von unten. Ah. Hey, das ist die Frauentoilette. Ah. Echt? Passt du, reiß ich mal zusammen? So, erst mal schön, Uffe Brille. So. Oh, da ist ja jemand. Das interessiert ihn anscheinend irgendwie nicht. Ja, geht ja. Kann ich hier durch? Oh, hast du den jetzt geknutscht, ja? Ja, klar. Ich schieße, ich knutsche alle Männer mit großen Gewehren. Oh, yeah. Oh, ich werde erschossen. Ja. Wir kümmern uns darum. Vorsicht, da ist gerade noch jemand auf dem Weg. Ich bin im Busch. Äh. Okay. Ich sehe immer noch keine Trophäe. Da. Hm, schnell bist du. Oh. Bei mir sind immer noch zwei Wärter. Das nervt ein bisschen. Oh, da ist eine Schrotflinte. Ha. Ich muss den jetzt irgendwie loswerden, weil solange der mir folgt, kann ich keine weiteren Leute bezirzen. Weil die dann merken, dass ich in Wirklichkeit eine Schlampe bin. Ha. Oh. Ist alles gut bei euch, oder? Nee. Ich bin tot. Das ist ungünstig. Erst mal alle Münzen einsammeln, ne? Ich renne gerade mal wieder in den Busch für den Fall der Fälle. Verdammte Axt. Naja. Da ist er auch schon eingetreten. Der Fall der Fälle. Da singt jemand. Ich bin, das ist hier so ein Opernhaus. Und ich höre, die singen. Ja. Ist ein Casino, oder? Ja, ja. Ja, aber hier oben ist dann so ein Opernabteil. Ja, richtig. Und die stört das auch gar nicht, dass so eine Leiche in der ersten Reihe sitzt. Ja. Hm. Ähm. Ah, es ist schwierig, mich da rauszuholen. Wer, wer sich da nur so rein manövriert hat, keine Ahnung, wer das war. Oben rechts ist er. Oh. Warum, warum höre ich denn bei mir nur so ein Herzschlaggedöns? Weil, weil ich hier noch tot bin, glaube ich. Okay. Ich versuch's mal unten rum. Ja, das ist immer gut. Okay, ja, ich glaube, ich schaff's jetzt. Ja, mach's einfach. Die, die anderen, die, der eine, der da, der da steht, der hat sowieso nur normale und was, wenn überhaupt. Der hat jetzt sowieso erstmal nichts. Sehr gut. Sauber. Hier unten sind, sind Verkleidungsgedöns und so. Oh, hier ist noch Geld. Boah, wie, wie schnell die Verkleidung aufgebraucht ist. Das ist ein Kotzen. Ja, wenn da ganz viele Leute gucken, dann. VIP-Poker. VIP-Poker. Kommen wir gleich. Sind fast da. Perfekt. Sehr gut, das ist. Wir haben sogar recht viele Münzen eingesammelt, so insgesamt. Guck mal, da ganz links ist eine Trophäe. Hm, nach 300 Leuten. Tup, 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 pinkelt einer. Durch, einfach richtig. Oh, eine Wache oben. Und noch quer. Geh mich hier durch. Es wäre ja ganz geil, wenn die Wachen, die man so bezirzt hat, dann auch für einen selber kämpfen. Ist nicht der Fall, glaube ich. Oh, die kommen. Bau nach oben. Bau nach oben. Die kommen. Nee, 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 die stehen da rum. Oh, ich hab so Angst. Ich auch, ich auch. Ist cool, dass du den einen hier einfach mitnimmst. Ja, klar. Ist so geil. Wenn ich einmal an der Angel hab, den lasse ich nicht wieder los. Oder ich erschieße ihn. Ja. Wir können da durch die, durch die Private Bar vielleicht durch, über diese Leiter dann wieder dahin. Also ich fände jetzt gerade nicht über die Leiter. Oh. Das ist so behindert, dass ich von mir vor wie ein Cheater. Ja, dann hätten sie den nicht eingebaut. Aber wie gesagt, es geht ja halt eigentlich auch darum, alle Münzen zu sammeln. Und dann bringt mir der hier halt eigentlich gar nichts. Krabb dich mal nach rechts. Wie, dich alle sehen? Dich sehen alle. Wir müssen irgendwo näher nach rechts. Hm. Ich renne einfach hin. Ja, oder du. Zippi. Wir rennen unter uns lang. Ja. Und die rennen auch alle durch den, durch den Tunnel da, ne? Ja, ja. Was ist das Schlimme? Die, die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid, wie wir das geplant haben. Ja, ey. Wir müssen, wir müssen einen Maulwurf unter uns haben. Wo müssen wir denn hin, ey? Hier erstmal in die Zimmerpflanze rein. Wie sie alle gucken und da ist plötzlich ein Loch in der Wand. Das siehst man ja in der Zimmerpflanze davor. Also, das ist ja. So, wo finden wir denn jetzt den zweiten Chip? Hm, das ist eine gute Frage. Vielleicht war unten noch was. Was? Wer? Wer war das? Ich glaube, da war in der Mitte im Raum, war so ein Alarmding. Ach so, da ist der Second Floor, ja. Ich glaube, da müssen wir auch wieder hin. Okay. Ich weiß es nicht. Warte hier schon ganz links. Ich weiß es nicht. Kann man irgendwo auf die Map gucken? Ne, ne? Ja, ich will doch die ganze Zeit scrollen, aber das geht alles nicht. Oh, da kommt einer. Ich verführe den. Kino, Theater, irgendwas. Schnell. Hier ist Street Level. Ja, da kommen wir ja eigentlich her, ne? Ja. Äh. Oh, fuck. Noch alles gut? Noch alles gut. Hm. Wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist mir jetzt ja ein bisschen... Müssen wir wieder zurück? Haben wir da noch nicht was, was noch nicht gesehen oder so? Also, du meinst mit zurück vor quasi? Also... Ja, wie, wie der Hoch halt. Ja. Für Opernhaus und... Ne, äh. Was ist denn... Aber da war ja nichts. Oder gucken wir noch mal in Street Level rein? Ja, gucken wir einfach mal rein. Äh. Hm. 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 Wir gucken auf den Untergrund, aber im Untergrund wird nichts sein. Hm. Wieso gehst du davon aus? Weil der Untergrund keine Profäen hat. Ja, da. Ich glaub nicht, dass hier was ist, Jungs. Meinst du nicht? Ach komm, wir gucken einfach mal. Im Untergrund oder wo? Hm. Ja, wir haben ja keine andere Wahl mehr. Ja. So. Aber da waren wir noch nicht. Da ist ne Trophäe. Ja, ist er. Gut. Ich hab... Da steht da ein Typ. Hä? Einfach durchschleichen, das funktioniert alles. Hier, von hier kannst du dich durchgraben, Basti. Immer muss ich graben. Kannst halt nix anderes, ne? Hier so rechts durch, meinst du? Oh, da ist ein Fenster. Ach, naja, hier nur nach rechts. Hier so. Ah, da ist ein Fenster. Ach so, du jetzt. Aber da komm ich nicht durch, ne? Hier durch die... Ja, dann grab dich nach oben zum Storage-Room oder so. Aber wo führt denn die Leiter wohl hin, die da unten ist? Da, weiter nach rechts. Ja, da kommt man aber auch nicht rein. Dann, würde ich sagen, kann ich wieder ne Wache beziehen. Und dann? Ja, dann haben wir ne Wache weniger, um die wir uns kümmern müssen. Läuchtet ein. Das ist aber, glaube ich, gar nicht nötig. Ne, einfach nach links, ne? Ach, ne, geht nicht. Oh, das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, was das gerade war. Aber sehr gut. Oh, was? Vorsicht, Alarm. Nein! Okay, na. Au, au, au. Einer muss da bleiben oder sowas. Ich werde hier gerade erschossen. Halt, die Leiter ist... Oh, fuck. Bin ich schon tot? Ich bin noch nicht tot. Das ist ja cool. Ich bin noch nicht tot. Jippie! Ich hab die Leiter getroffen. Fuck. Uh! Uh! Alter Scheiße! Hei, jei, jei! Jetzt müssen wir nur noch fliehen, ne? Hm. Ist das so? Hm. Hier drüben wäre ein Fluchtpunkt. Kommt ihr nochmal hier rüber irgendwie? Weil hier wäre vielleicht Street Level. Ich glaube, da kommen wir dann direkt beim Auto raus. Ansonsten gehen wir nochmal so zurück. Ähm, klar. Das Problem ist, dass jetzt hier... Direkt wo du stehst? Hier unten. Dort, wo ich stehe. Genau. Dort, wo wir Alarm ausgelöst haben und so. Da dann einfach... Ähm, da ist jetzt zwar jemand, aber... Ja, die Tür ist gerade... Okay. Mach die Tür auf und dann einfach hier in den Raum rein. Ich renne nochmal, ich löse nochmal kurz den Alarm aus. Super. So, und jetzt ganz gemütlich hier auch wieder Alarm auslösen. Ja. Und dann einfach nach rechts rennen. Uh! Schnell aufmachen. Ich hab die rechte Tür. Ja, verdammt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Haha. Wir müssen nur nach oben ran. Ja. Boah. Perfekt. Okay. Wir sind nah an den Autos. Du brauchst dich hier nur durch die Kasse durchzugraben, glaub ich, ne? Huch. Huch. Hoppala. Wie konnte denn das passieren? Tut mir leid. Schnell. Knackst du jetzt die Kasse? Ja, klar. Huch. Ups. Ja, äh. Mal kurz, Alter, raus und wieder rein. Ja, ich glaub, wir... Moment. Jetzt. Geh mal weg, du alter Spanner. Boah. Kann ich mich rechts rauskramen? Ich glaub, ich kann mich rechts rauskramen, oder? Ja, das geht auch. Doch, klar. Warte mal. Ja, da steht ein Typ vor uns. Achso. Äh. Der kriegt nichts mehr mit. Tada. Der ist total im Liebesdelirium. Perfekt. Wir nehmen den Sack gelben Lamborghini. Richtig. Tja, und da haben wir doch wieder den Tag gerettet. Auf jeden Fall haben wir zwar nicht unsere Freiheit erlangt, aber wir sind auf einmal... Weicher. Sind wir reicher? Was? Ich weiß, ich krieg gar nicht immer mit, was wir alles eigentlich klauen. Wir haben das Gefühl, derweise... Wir haben doch immer so Sporturkunden. Und andere kriegen halt immer dann Trophäen. Pokale. Und die klauen wir einfach. Ich dachte immer, wir klauen immer Trinkbecher. Wir brechen dann in die Bank ein und klauen dann da die Trinkbecher. Das erklärt auch, weshalb wir so betrunken waren. Oder das Toilettenpapier. Toilettenpapier ist aber viel wert. Zumindest, es gibt Situationen, da würden Leute echt viel Geld für Toilettenpapier bezahlen. Das ist doch eine Marktlücke. Du gehst einfach in so eine öffentliche Toilette und klaust da das ganze Toilettenpapier aus den Klos. Und dann stellst du dich... Ja, du hängst einfach dann neben dem Automaten direkt an. Neben dem Klos hängt dann ein Toilettenautomat. Toilettenpapierautomat. Oh, Papier 2 Euro. Oh, genau. Oh, da wird aber dreimal gefaltet dann. Ja. Es gibt ja auch die ekelhaften Leute, die es wie in der Armee machen und sich dann einfach nur den Mittelfinger durch das Toilettenpapier schieben. Es gibt da ja auch die alte Weisheit, die sich da nennt. Benutze das Klopapier beidseitig und der Erfolg liegt auf der Hand. Studentenregel, ne? Ja, genau. Sehr schön. Na gut, das war es schon wieder für mit und von. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Total verrückt. Verrückt, verrückt. Das ist schon was, wenn man den ganzen Abend klaut, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Ja. Ja, das ist das Adrenalin. Ah, ich verstehe. Wobei man ja auch sagt, wenn man zu viel Adrenalin hat, dann verlangsamt sich die Zeit. Also dann nimmt man viel mehr auf. Mhm. Ja. Na, das ist so. Können wir ja probieren jetzt in der nächsten Runde. Ja. Dass wir da noch viel mehr aufnehmen, oder was? Nee, dass wir das vielleicht in Zeitlupe spielen. Wir spielen das in Zeitlupe, aber reden in Echtzeit. Sprich, wir müssen ganz schnell reden, damit wir es dann in Zeitlupe... Egal. Genau. Wir schaffen das schon. Bis zum nächsten Mal. Es wird eine Herausforderung. Tschüss. Tschüss. Tschüss.